Der Wolf. Seine ursprüngliche Nahrung sind frisches Fleisch, Fallobst, Beeren und Kräuter. Warum sollten wir unseren Hunden, den direkten Nachkommen des Wolfes, etwas anderes geben? Terracanis ist das erste Nassfutter im Fachhandel, das ausschließlich Rohstoffe in 100% Lebensmittelqualität enthält. So können unsere vierbeinigen Freunde wirklich natürlich und artgerecht ernährt werden. Diese Idee steckt hinter Terracanis. Hier im Münchner Büro arbeiten die Mitarbeiter von Terracanis täglich an neuen Produkten und dem Vertrieb der Ware. Terracanis ist schon heute ein erfolgreiches Unternehmen, das immer mehr Kunden und ihre Vierbeiner von seinem außergewöhnlichen Konzept begeistert. Auf die Idee von Terracanis bin ich gekommen, weil ich mir, als ich 22 Jahre alt war, einen Hund aus Südspanien geholt habe, aus dem Tierschutz, der leider sehr, sehr krank war, fehlernährt war, unterernährt war und der im Prinzip keins von den Produkten, die ich im Markt gefunden habe, vertragen hat. Und im Zuge dessen habe ich mich sehr, sehr stark mit der natürlichen, artgerechten Ernährung von Hunden auseinandergesetzt. Und ich habe mich auch sehr stark mit der Futtermittelverordnung auseinandergesetzt. Und ich war wirklich entsetzt, als ich eigentlich dadurch erfahren habe, was heutzutage alles ins Hundefutter darf und auch reinkommt, was sich hinter diesen ganzen K3-Materialien verbirgt. Und nachdem ich dann im Markt eben eigentlich kein einziges Produkt gefunden habe, was meinem Anspruch gerecht wird, habe ich mir gesagt, ich muss jetzt ein Hundefutter machen, was artgerecht ist, natürlich ist und wo wirklich alle Rohstoffe Lebensmittelqualität haben. In der Münchner Traditionsmetzgerei Schäbitz entstehen die Menüs, die Hunde glücklich machen. Für Terracanis wird viel hochwertiges Muskelfleisch verwendet. Hinzu kommen frische Gemüse-, Obst- und Kräutersorten sowie rein natürliche Zutaten wie zum Beispiel Seealge, Mineralerde und Hagebutte zur Nährstoffversorgung. Die zerkleinerten Bestandteile werden ohne künstliche Konservierungs- oder Bindemittel vermengt, in Dosen gefüllt und luftdicht verschlossen. Anschließend wird der Inhalt in der Dose schonend bei niedriger Gartemperatur gekocht. So bleibt der größtmögliche Teil der wertvollen Vitamine und Inhaltsstoffe erhalten. Das ständig wachsende Sortiment von Terracanis umfasst klassische Menüs, wie zum Beispiel Rind, Wild oder Pute, aber auch spezielle Produkte wie die getreidefreie Linie oder das Welpenfutter. Der Anspruch bleibt jedoch immer gleich. Ein Hundenassfutter mit 100% lebensmittelechten Rohstoffen, das qualitativ sogar für den menschlichen Verzehr geeignet wäre. Das ist lecker. Es schmeckt wie so eine ganz mild gewürzte Bolognese. Wirklich gut. Jeder Hund ist etwas Besonderes. Und jeder hat seinen ganz persönlichen Charakter, für den man ihn gerne hat. Es wird Zeit, unsere Hunde wieder so zu ernähren, wie es ihrer natürlichen Art entspricht. Mit Terracanis. Hausmannskost nach dem Rezept der Natur. 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 Hausmannskost nach dem Rezept der Natur.